immer noch schmutzig dann probieren wir mal den granatwerfer ich gehe zu mit Ruaufer Kassi Heilpottstahl, initiiert Olaa wir sind die wir sind die kugel der freiheit die sich tief in das herz der demokratie einbaut wo ich bin ich bin der könig der ich werde es tun ich werde ganz sicher tun ja das war gar kein fall schaden genommen mein granatwerfer ich merke die granaten sind wahrscheinlich nicht kontaktgranaten oder sind die kontakt wir werden es herausfinden so oder so ich weiß nicht was du schon wieder mir ist nichts hier auf der karte also ja für karte ich meine noch mal da meine ich extremer kälte da hinten ist eine fabrik der granatwerfer den ich am rückenteil glitscht voll durch meinen rucksack so hast du gemacht für die proben geholt auch orbital das ist da ausprobieren das erste wecken mach du ruhig und dann nehme ich auch eine glaube ich ok da kommt ok der granatwerfer ist kontaktgranaten sehr gut und dann ich 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 da unserer auf chest ich übertragungs netzwerk ja und solle aber das ist ein rakettwärme typ ja ich habe niemals unser leben die doch ich habe ihn seine beine geschossen geworfen meint das gibt es nicht der blöden kleinköpfigen typen die satelli nach abschieben kannst ich höre ein gepiepe doch also ja aber kann manche tage ist irgendwas kleines in der richtung da ist eine fabrik ich habe mich dafür haben wir ja auch nicht jetzt dann daran gegangen noch irgendjemand ich höre die ganze zeit ich höre die ganze zeit und ich weiß nicht ob das irgendwie ambient sound sind oder irgendwie so hintergrundgeräusche oder weil ich höre dauernd und ich sehe nirgendwo roboter sie könnten über da ist ein schützt da hat einer verstärkung rufen da ist auch noch eine fabrik die kategorie kategorie oder so ein kleiner nein da ist ja für nur einmal mit meiner person und der weg wird hinter uns sind auch wir drücken auch verstärkungen da rein ja hatte auch die tür auf macht die tür auf und die tür auf macht die tür auf macht die tür auf da machst du das nicht mal auf da ich glaube ich bin ein granatwerfer nicht mehr so dass ich mir mein granatwerfer sehr gut ja gut zu wissen kann ich halt damit treffen ich habe hier so viele rote sachen ich glaube ich brauche mal nachschub muss man als nächstes hin da lang 300 meter ich glaube eines war golden ist ja jetzt laden hat er jetzt was goldenes meine richtung man schwefel nach auf den schrott geschieht dem recht glaube nicht da links ist eine fabrik ja ich habe ja so ein verstärkungs potter gesehen aus dem boden kommt kaputt gemacht aber eine waffe drin nämlich so sehr darauf konzentriert dass der waffe rausgekommen nachdem man die kaputt gemacht hat ich denke mal eine waffe die mal jemand gedroppt hatten die hat nicht gezündet oder so nur aufpassen wo ich hin trete man hat zur nächsten fabrik da muss man wieder diese auch die sache kaputt machen ja das ist sehr nah meine wollte von hinten erledigen habe ich gesehen besuchen ob ich die fabrik erreiche ich bin mal kleinen umweg sehr gut aus ich habe diese wakon getroffen da war natürlich nicht gezählt weil ich mein ganadwerb auch für dich kollege aber ich habe meine auto hinten geworfen irgendwie kaputt gemacht irgendwie irgendwie bringt nichts oder doch ja okay ja mittel wird langsam sehr einfach aber irgendwie ist ja auch nicht viel zu tun auf der karte ja das tun sie doch immer ja wenigen gegner die ich immer habe das werden wir sehen da ist noch was auf der karte da ist eine fabrik sehe ich dass wir lang geschützt ist klar dann zwei fabriken ich habe mich da hoch ich habe mich da nicht hoch das geht ja ja ich habe immer noch die am leiden sind ich war gerade sagen mit dem orbitalschlag also erfinden noch schätze auf dem weg das einfach umgekippt ich glaube anspruchsvoll müssen wir uns langsam mal dran tasten ja aus dem wasser mich zu ertrinken ich doch nicht wenn trinkt denn hier in länge und rollen geht nicht sondern ganz hinten ist da irgendwie was kann man ja noch hingehen alle zieler wenn sich das ist auf der linken seite so auf dem weg dahin ich werde mal so ein lichter wieder machen da ist immer ein geschütz habe ich den ich glaube ja ein granatwerfer drauf geschossen nein 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 gerade verstärkung wieder rufen ok vorsichtiger sind mit denen habe ich erfahrungen ja nichts hier drin kommen doch da eine probe ja müssen wir wieder nach hause und dann anspruchsvoll rein tasten bitte nicht die käfer ich finde käfer schlimmer als die roboter viel schlimmer zu unserem rover vielleicht hilft uns das gerade ein bisschen so sehr das ist ja voll abgeprallt Steh bloß nicht auf. Ja, das ist das Leben. Ja, das ist nicht schlecht, finde ich. Ich weiß nicht, ich merke, ich habe hier nicht drauf geachtet. Aber ich nehme an, mittlere, mindestens, weil ich kriege die ATSC damit dauernd, wieso kann ich damit halbautomatisch schießen, ich kann damit halbautomatisch schießen, ausgezeichnet. Ja, der hat einmal Auto und Halbauto, höre. Ich habe fünf Leute auf einmal erschossen damit. Wow, da habe ich ja noch von ganz weit getroffen. Warte, warte, warte. Ich war im T-Bank. Karte? Boah. Sie haben auch den neuen Weg zu Freiheit, wenn weitere Sietappenziele erreicht. Ich muss da irgendwie die Orbital Strike an der Rettungsschiff da dran machen. Ja. Ja. Das ist mein Traum. Aber wir haben alles, was da fehlt noch was. Applaus, da war noch nichts mehr. Die Schweine. Ja. Aber wir sind nicht gestorben, Daniel. Ja. Bist du diesmal gestorben oder war das vorhin? Äh, ja, ich bin da gar nicht in den Mini getreten, glaub ich. Okay. Okay. Ich war in dieser Runde. Ich weiß, ob das letzte Runde war. Ich weiß, ob das letzte Runde war. Ich weiß, ob das letzte Runde war. Ich habe die Versteckung gemacht. Ich habe die letzte Runde. Ja. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Bäm, 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 bäm. Schnelle Mission sind. So, ich habe noch viel mehr. So, ja, ich kann nichts ausgehen. Ja, dann suche ich mich schon mal nach einer Anspruchswolle Mission. Die Herr Dreifers kämpfen für Freiheit. Für die Roboter. Für uns als nächstes einmischen. Zum Fallschweigen Operationen der Schwierigkeit anspruchsvoll abschließen. Okay. Wir haben noch keine Operation abgeschlossen auf Anspruchsvoll. Dann scheint nicht, weil in anderen Schwierigkeiten haben wir noch nicht. Jetzt mach ruhig, aber die beiden erstmal machen. Wir sind dem Erfolg der Operation. Evakuieren die Listen. Nein, danke. kurz mit jetzt sind zwar keine feuertornado aber menke nein keine feuertornados marka intercontinental rakete und notfall evakuieren schwer zivilisten dann haben wir hier seit feuer nein danke dann aber hier auf diesen planeten operation abgeschlossen ihr mut steht außer frage ich habe zwei sachen ich weiß nicht welche ja wir explosieren das schreibt mir habe ich auch und nun im weiteren radios um ihren mitfunk zuzufügen dann machen wir ja diese orangenproben hier um die sachen freizuschalten danach die lila aber erst mal gucken wie hat hier abläuft naja sind auch noch höheren schwierigkeiten die beiden mission die klang jetzt nicht so nervig keine zivilisten retten oder so sekundär ziel wir müssen wir müssen ja so eine safe machen diesmal haben wir ja gute ausrüstung eine kartor glaube teils ich auch mittel läuft ja ohne probleme jetzt aber jetzt ist man wird den rhythmus irgendwie so raus haben so war das eine basis machen wir das war das dann machen wir da jetzt noch mal gucken wie sich das hier auf schwierigen gegnern hier irgendwie übersetzt da kommen einfach noch mehr da ist schon ein gegner wir sind ja das schon mal sehr gut hier erstattungs ich glaube wir sollten ein bisschen zurück hier gehen ich habe meine granaten ich habe euch hat meine granaten aus man sagen wir mal gar nicht aber essen wir warum sind wir schon direkt gegner gewesen es wird sein dafür so wir haben schon die seltenen proben glaube ich nein da wollte ich nicht automatisierte kanone oder so ein aber noch nicht freigeschalten so gamer modus aktiviert wir müssen da lang heute und das spiel wieder ja ja ganz soja ihr seid auf anspruchsvoll willkommen nein sind gegner auf der linken seite dass man nach rechts außer die sehen uns wo war ganz ruhig ganz ruhig infiltrieren in für hier schon auf die fleckte immer auf die kleinen schon los als erstes wir müssten da lang ist da oben einer kommt hat dann geschieht dem recht ja da müssen wir ja machen terminal aktivieren muss der terminal da leidner da ich habe mir mal haben wir benötigen abschließt ja es ist am laden auf was schießt man terminal mein terminal mein geschützt sein ganz weit hinten gegner da ganz hinten ist einer in der reich aber nicht ist er tot jetzt die ganze gegner auf mich schießt ich weiß nicht ob ich in der reich ich glaube nicht das ist ein blödes all right oh ne da kann sogar fallen lassen wo muss man hin zum intercom relay wo ist das ist das evakuierung zone davon habe ich schaden aber als letzten vom felsen gesprungen bin nicht schwer gab es schwachs nicht werden das erfunden natürlich blöd hat jetzt so ein ding ertragen muss sind meine fabrik dann noch erledigen können uns das noch voll weit weg ich glaube wir haben gegner irgendwo gesehen ich weiß es nicht bord abwurf da hinten ich denke es noch so weit entfernt ja hat was gefunden wir können nicht wir haben eine mission zu erledigen er sagt ich glaube hier musste das ding aber gleich mal fallen lassen wenn wir gegner sind das ist aber das hat er ich kann ich da so raus aber ich denke ich meine varte ich weiß es nicht aber nachher fähig kommt der gewert haben ja der schütze sehr ungewissiger zeitpunkt hat meinen aufnahmedingen ja kurz stehen bleibt ganz die kombination eingeben das könnte man beim fernseher übergucken ja da schießt und zählte ganze ab ja ich aber ich habe gesehen wie ein schuss versuchen wollte mir den kopf weg zu pusten wohl hätten aber bitte nicht da oben wie komme ich denn da hoch ja ich mache ja schon potterpuff das ding hier kann ich aber interagieren ja ja und wir sind getrennt das weg sie sind alle so weit weg die schießt mich von soweit entfernt ab ich kann mich gar nicht das ist meine pistole ja ich weiß die schießen auch die ganze noch nicht so was mit dem terminal so hat mich schon mal nicht sehr gut ja mal gemacht da steht aber irgendwie verschlüsselten landträger einsammeln darunter steht evakuierung ja wir haben ihn gerade eingesammelt nämlich an bei mir ist das ausgedraut darunter ist noch eine evakuierung ja weiß ich auch nicht damit steht nur noch evakuierung verfügbar ja ich versuche mal zu dem zurückzukommen wir sind überall noch gegner bekommt ja wir tun ja alle kämpfen wir sind immer geschützt aber aber was auch rechts von den senar welchen hätte da man meine schütze am randalieren irgendwo da sind irgendwo fabriken woher sind wir eine menge gegner dann sind mir so viel so zeit hier ein paar roboter zu erledigen und fabriken zu zerstören jetzt haben wir die zeit sag ich mal aus den kisten jetzt auch mehr da so sterben da sagt er bei dir nicht evakuieren verfügbar da hast du doch du hast doch irgendwann am rücken ist der nicht ja wir haben ja sehen was passiert wenn wir gleich der taxi rufen ich wollte mal ganz kurz nachschub ja da sind die fabriken du bist in line da war wohl zu schießen ich krieg dann von der aus nicht ich bin auch hier ich bin auch hier gerade hatte ich habe die pfg kaputt gehauen die rechte gut so einen schlag einpacken und der linke ich versuchte mal mit dem granatwerfer zu posten meine hoffe ich habe alle aber normal wir wollen mal selten problem ist die ganzen anderen optionalen dann die sind soweit abseits hier das mal dahin gehen das war schon wieder dann ist nach der st jetzt noch ja bis jetzt ich weiß aber zehn stück nicht mehr aber auf anspruchsvoll spielen da machen wir die platz das orbital weil ich treffe die liga nicht ein rover beruhigt sich wir arbeiten schon daran ja da muss natürlich nur einrufen da sind sie wir sind immerhin pass auf ja bis jetzt läuft noch ja so macht das spaß wir sind nächster ja jetzt die ganze auf mich medaillen also ich weiß nicht nur am ende ja wir mal draußen ich weiß nicht ob er zeigt mir die schafften gegner links ich glaube die sehen uns ich bin einmal getroffen im kopf nein 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 ich weiß was du vor hast ja ich habe ich diesen kopf nicht mit meinem schotgewehr ich verstehe nicht ich glaube ich habe den eingang da mein schützt da seid ihr da seid ihr jetzt munition und ohne ja 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 ganz ja 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 mann in ja das ist ja 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 warum kommt keine das ist meine kanad wer verraten am boden abgefeilt schiff der star auch bei schiff hat gefordert wenn wir haben kann auch kaputt gehen ja das ist ärgerlich alles so weit entfernt war 50 schwache leistung ich zeige dir gleich mal was schwache ist ja auch immer sagt mama okay der direkter von das spiel gemacht haben und er tut halt alles entscheidend was wir machen müssen welche missionen wir machen müssen gegner der entscheidet hat alles ich nehme an auf gute weise ja mein granatwerfer mein granatwerfer hat also gefragt hat es das steht einfach eine exklusive gegen gegen gepanzerte infanterie sollte nicht gegen fahrzeugpanzer befestigte gebäude eingesetzt werden